Herzlich willkommen bei Runners Point. Wir möchten euch wieder neue Schuhmodelle präsentieren und hier habe ich für euch den neuen Gale Odyssey von Essex. Ja, der Gale Odyssey ist ja ein seit Jahren ganz bewährter Walking Shoe aus der Kategorie Comfort Walking. Ja, und auch die neueste Variante ist eigentlich wieder auch ziemlich alltagstauglich von der Optik her. Die wichtigste Neuigkeit ist die neue Soul Light Zwischensohle, die jetzt auch im Odyssey verarbeitet wird. Dadurch wird dieser Walking Shoe noch leichter und hat ein noch besseres Dämpfungsverhalten. Ansonsten sind wieder viele ganz bewährte Essex-Techniken verarbeitet, wie zum Beispiel im Innenbereich die Duo Max Pronationsstütze für optimale Bewegungskontrolle. Die Fersenform wird optimiert durch Personal Heal Fit. Überhaupt ist die Ferse im Innenbereich sehr angenehm, sehr weich ausgekleidet und bietet damit einen richtig angenehmen Halt. Ein zusätzliches Gelelement im Fersenbereich sorgt für optimales Dämpfungsverhalten und die symmetrische Flexkerbe sorgt für richtig schön angenehmes Abrollen. Ja, man sieht es schon, der Odyssey hat ein ziemlich robustes Obermaterial und wirkt dadurch sehr wetterbeständig, wasser- und windabweisend und macht ihn dadurch, wie schon gesagt, richtig gut alltagstauglich. Der Gel Odyssey von Essex zu bekommen in allen Runners Point Filialen oder unter www.runnerspoint.com.